Am ersten Tag schuf Gott die Welt und er sah, dass es gut war. Am zweiten Tag erschuf Gott die Menschen und er sah, dass es gut war. Am dritten Tag schuf Gott die Musik und die Menschen tanzten. Ich sagte, und die Menschen tanzten. Ich sagte, und die Menschen tanzten. Am nächsten Tag bemerkte Gott, dass die Menschen noch immer nur tanzten. Und er sah, dass es nicht gut war. Gott wollte, dass die Menschen feiern. Und daher schuf Gott die Frau. Und sie sprach zu der Menge. Warum seid ihr so leise? So scheiße, scheiße leise. Komm, zeig mir, was noch geht. Denn zum Feiern ist es nie zu spät. Ihr seid immer noch viel zu leise. Scheiße, scheiße leise. Komm, zeig mir, was es geht. Denn zum Feiern ist es nie zu spät. Ihr seid so leise. Wir seid immer noch viel zu leise. Scheiße, scheiße leise. Warum seid ihr so leise? Und Gott sah, die Menge Feiern. Und warum seid ihr so leise? Und warum seid ihr so leise? So scheiße, scheiße leise. Komm, zeig mir, was noch geht. Denn zum Feiern ist es nie zu spät. Ihr seid immer noch viel zu leise. Scheiße, scheiße leise. Komm, zeig mir, was es geht. Denn zum Feiern ist es nie zu spät. Und warum seid ihr so leise? Und Gott sah, die Menge Feiern. Wir sind immer noch viel zu leise. Scheiße, scheiße leise. Warum seid ihr so leise? Und Gott sah, die Menge Feiern. Und Gott sah, die Menge Feiern. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018